So, hier will ich aber zumachen, da kann ich mit Bruchstein arbeiten, ja, das ist gut. So, so und so. Und so, okay. Dann muss aber auch die Treppe wieder ein bisschen erweitert werden. Allerdings kann ich ja dann nicht hier hinten zumachen. Dazu brauche ich wieder Weiß, denn der Aufgang soll ja auch Weiß werden. Äh, achso. Ah, nee, ich glaube, ich mache hier schon eine weiße Treppe hin, oder? Haben wir da was da? Nein, aber wir können uns was bauen. So, ich brauche einfach schnell einen Dings hier. So, und dann wieder da zurück. Okay, so. Da, nee, da, da, der muss weg hier. So. Der kann da direkt dran. Da muss jetzt Glattstein hin. Den sieht man auch von oben. Und hier, sowas da. Da kann der weiße Zaun da drauf und das hier kann und soll weg. Ja, das sieht ja nicht schön aus hier. Ja, das sieht echt nicht schön aus. Wie wäre es, wenn wir das... Na, jetzt muss ich... Na, ich komme eben davon, wenn man nichts mit hat. So, das müsste aber so gehen hier. Nein, doch nicht. Okay. So, und so. Okay. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir hier... Das so machen. Ja, das gefällt mir irgendwie besser. Das sieht von oben besser aus. Und hier, ja, ist halt dann so. Nee, das finde ich gut so. Ja, genau. Und hier kommt eine Tür hin. Das kann ich jetzt aber mal... Ah, nee, aber die Treppen... Die müsste ich ja auch weiß machen dann. Ja, natürlich. Die müsste ich dann auch weiß machen. So, jetzt gut. Erstmal hier noch... ...wieder die Fackeln. So, okay. Dann mache ich die Treppe... ...auch in weiß. Wobei wir gerade die Treppen auch irgendwie anders machen können. Aber, nee, ist egal. Weiß ist schon okay. So. Und die oberste Stufe ist dann immer noch weiß. Oder wir machen die auch grau. Dass das auch gleich aussieht hier. Probieren wir einfach mal aus, wie das aussieht. Aber irgendwie würde mir grau da besser gefallen. Hier für die Treppe. Doch, das würde mir schon besser gefallen, dass das alles grau ist. Und nur der Gang ist weiß. Ja, doch. Dann baue ich das wieder anders. Ah, wie machen wir das? Bei den Passagieraufgängen will ich das aber sehr wohl anders machen. Da soll das nicht grau sein, sondern... ...aber auch nicht weiß. Das kann man dann in einer anderen Farbe machen. Ne, ich glaube, da habe ich jetzt einen zu viel weggemacht. Ne, passt so. Okay. Der Zaun, aber der bleibt auf jeden Fall so weiß. Ah, die Decke hier noch. Genau. Und hier... Ne, dann wird es hier grau. Dann kommt hier ein grauer hin und da geht es ja dann schon los mit der Treppe. Und da ist schon eine. Ja, okay, gut. Die Rückwand, die machen wir dann irgendwie farbig noch oder sowas. Lass ich erst mal. Wir kümmern uns jetzt erst noch mal weiterhin um die Decke. Es ist jetzt nur die Frage, in welchen Abständen wir die Lampen machen. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Wie spät haben wir es denn? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und unter anderem auch noch für einen weiteren Schluck Tee. Ja. Ich würde sagen, wir machen... Ich will das hier nicht unbedingt mit dem Licht sparen. Ne, ich will die schon in regelmäßiger Anordnung haben. Dann geht es vielleicht nicht aus. Oder wir machen bei jedem Treppenauf- und Abgang. Ja, das wäre auch nicht verkehrt, aber die sind zum Teil eben doch ein bisschen weiter auseinander. Und das ist mir dann wieder zu weit. Ne, wir machen die einfach regelmäßig. Ändern kann man es ja immer noch. Also würde ich sagen, wir machen hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Also vier Abstand. Ja, und dann immer acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hey, Moment, was soll das denn? So, es ist nur die Frage, ob das dann hell genug ist. Oh, das... Oh, nein, 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 das ist zu knapp. Also acht Abstand ist zu wenig. Also mit Abstand meine ich wirklich das, was dazwischen liegt. Gut, dann müssen wir einen sechsten Abstand machen. Oder wir probieren es aus, indem wir das mal ungerade machen. So, und ich will auch hier einen weißen Klotz reinmachen. So, wie sieht das jetzt aus? Jetzt haben wir da immer noch... Machen wir immer noch sieben, echt jetzt? Hm. Da ist sogar noch eine sechs. Oh, wir müssen das noch enger machen. Also dann doch mal den sechsten Abstand. Das war jetzt gerade eben noch der sieb, ne? Äh, so. Ja, da haben wir sieben. Also das will mir jetzt gar nicht gefallen. Dann müssen wir den Abstand noch um eins verkürzen. Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, wir müssen ihn noch weiter verkürzen. Aber auch hier... Ich probiere das mal aus. Da ist es auch. Hey, wie kann das denn sein? Ja, okay. Dann haben wir da zwei. Und dann... Jetzt muss ich nochmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und da ist dann sechs. Also hier... Raus. Jetzt haben wir da immer noch einen Siebner. Also so eine Siebner-Wertung. Das heißt, ich muss den Abstand noch weiter verkürzen. Ne, das mache ich nicht. Nö, dann das Risiko bleibt jetzt. Wir machen hier... Äh, fünf dazwischen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Ja, dann haben wir das eben so. Gut, das... So will ich das machen. Kann ich anhand der Zahlen erkennen, wo ich hin muss? Zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da, wo die erste sechs auftaucht... Da muss ich nicht mehr so doof zählen. Eins, zwei, drei, vier... Oh, Mann. Hä? Das ist doch verkehrt. So, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, genau. Das passt so. So, also hier in der Mitte, da, wo die erste sechs auftaucht. Das erfordert es aber, dass ich jetzt immer gleich was reinsetze. Ja, das war das hier in der Mitte, oder? Ja, genau. So, okay, gut. Ja, so, auf diese Weise. Ja, da kommen wir, das ist doch... Das ist doch auf jeden Fall hell genug. Ja, okay. Also die Wände machen dann natürlich auch noch einen helleren Eindruck, aber sie ändern natürlich nichts an den Werten hier. Moment mal, da muss... Achso, weil da die Fackel ist. Okay, gut. Ja, ja. Äh, die Fackeln muss ich natürlich wegmachen. So. Da haben wir die erste sechs wieder. Dann haben wir hier wieder eine. Wenn ich den Glühstein in der Hand habe, macht das nichts. Okay, aber ich will ja mit dem Glühstein jetzt nicht die Dings hier raushämmern. So und so. Ähm, ja, doch... Das sollte noch gehen hier. Und dann müssen wir erst wieder die Fackeln wegmachen. Ach, ich kann einfach die Fackeln... Naja, nee, 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 nee. Nicht alle wegmachen. Weil ich ja, ähm, auszählen muss. Ich muss das jetzt weiterhin von... Aus der Richtung... Oh, Moment, da vorne ist ja was versetzt. Da stimmt was nicht. Ja, der ist einfach... Vom Abstand her ist das schon richtig... Glaube ich zumindest. Äh, doch, das sieht gut aus. Und hier... Nee, guck mal, hier sieht das... Sieht das nicht gut aus. 2, 3, 4, 5, ja, 1, 2, 3, 4. Der ist verkehrt. Oh, komm ey, das... Na gut. Muss ich eben versetzen. Macht aber jede Menge Glühstein kaputt. Aber gut, ne, ist so. Der auch da. Oder noch einer. Da ist ja noch einer. Hoi. Kann ich die Glühsteine verschwenden? So, ich kann da mal wieder 10 Stück draus machen. Na gut, ich habe jetzt erstmal genug. Ja, du sollst doch auch weg. Ach, Mensch. So, jetzt aber. Irgendwie irgendwas liegt da verkehrt. Keine Ahnung. Vielleicht doch irgendwie vertan. Ja, doch, das sieht gut aus. Ich glaube, ich mache das doch lieber auf die andere Weise. 2, 3, 4, 5, 6. Hier. Nö, das brauche ich so nicht zu versuchen. Dauert viel zu lange. So, 2, 3, äh, 3 jetzt. 4, 5. Der sechste. 2, 3, 4, 5, 6. Nö, äh. Wo kommt der denn jetzt hier? Achso, ja. Es ist hier ja dunkel. Ja, macht mir doch alles kaputt. Na gut, so viel geht da jetzt nicht kaputt. Hier, wie viele das auch sind. Nö, 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 nö. Ihr könnt mich jetzt mal. So, weg mit euch. Ach komm. Äh, also, ich habe doch was anderes zu tun. So. Ja gut, ich habe eben die ganzen Fakern da weggemacht. Von daher ist das kein Wunder. 1, 2, 3, 4, 5. Und da 6. 2, 3, 4, 5. Hallo, Minecraft. Achso, ich bin in die Ecke gehärten. Und da auch. Ich muss hier erst wieder den Boden flicken. Und ja, ich habe weißen Dingsbums mit. Hier kann ich an der Seite auch schon das machen. Okay, ach da auch. So. In der Mitte wollte ich ja noch einen Streifen machen. Naja gut. Jetzt machen wir aber erst mal die Decke. Wie spät haben wir es denn? Oh, wir sind ja schon am Überziehen. Und wir sind mit dem Überziehen auch schon fertig. Okay, nee, ich hänge noch eine Folge dran. Moment eben. So, neue Aufnahme eben. Oder neue Aufnahmedatei. Nee, 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 wir machen jetzt noch hier weiter. Ich will auf jeden Fall die Decke noch fertig kriegen hier mit den Lampen. 2, 3, 4, 5 und 6. 2, 3, 4, 5 und da der 6. 1, 2, 3, 4, 5 und da der 6. 2, 3, 4, 5. So. Ja, doch, wir haben ein Stück. 4, 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach komm, wieso mache ich denn da so viele hin? Geht das so schnell mit dem Glühstein? Das wundert mich ein bisschen. 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nicht. 2, 4, 5, 6.